Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem Blick in die Zukunft. Ja, es gibt seit langer Zeit mal wieder ein Neuerscheinungsvideo von mir. Ich habe mich in den letzten Monaten tatsächlich so ein bisschen um diese Recherchearbeit gedrückt, weil ich mir dachte, ja, immer wenn du nach Neuerscheinungen suchst, findest du auch welche, die dich ansprechen. Und natürlich gucke ich immer so auf meinen bekannten Seiten wie Lovely Books und Büchercafé und auch mal auf Amazon. Aber habe sozusagen die Verlagsseiten so ein bisschen beiseite gelassen, habe aber gemerkt, dass jetzt im Oktober unglaublich viele tolle Buchneuerscheinungen erscheinen. Und ich dachte, das lohnt sich jetzt einfach mal wieder ein Video zu machen, weil ich mich auf diese Bücher einfach unglaublich freue. Und ich denke, wir fangen auch direkt an, denn es sind doch einige geworden. Und zwar beginnt der Monat am 4. Oktober mit Origin von Dan Brown. Das ist der fünfte Robert Langton-Roman und dieser wird sage und schreibe 28 Euro kosten als gebundene Ausgabe. Also ich muss sagen, der Preis ist schon tatsächlich ganz schön happig. Und ja, vielleicht werde ich es auch einfach hören. Ich habe ja ein Audible-Abo, aber ja, das ist schon ein heftiger Preis. Das möchte ich auch einfach dazu sagen, dass ich das schon ganz schön viel finde. Und ja, aber es ist Dan Brown und es ist ein neuer Robert Langton und es ist das fünfte, der fünfte Robert Langton-Roman. Und es heißt hier im Klappentext, auch in seinem jüngsten Werk wird Dan Brown gemäß seinem Erfolgsrezept geheime Codes Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur miteinander verknüpfen. In Origin wird der Symbolforscher Robert Langton in bisher drei Hollywood-Blockbustern von Tam Hanks verkörpert. In Klammern, für mich ist es kein Robert Langton, Klammer zu. Mit den beiden ewigen und entscheidenden Fragen der Menschheit konfrontiert und mit einer bahnbrechenden Entdeckung, der diese Frage beantworten könnte. Ich habe gehört, dass das Buch an Inferno irgendwie anknöpft. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine echte Fortsetzung in irgendeiner Art ist oder also ob die Geschichte im Grunde da weitergeht oder wie ich mir das so vorstellen kann, ob man Inferno kennen muss. Aber ich denke, nach den ersten Eindrücken wird man dann diese Frage auch beantworten können. Und ich freue mich sehr auf den neuen Dan Brown. Das ist ja für mich auch immer ein Autor, der mich so packt, dass ich die Nächte durchlese. Und ja, ich finde auch, ich freue mich da wirklich drauf. Auch am 4. Oktober erscheint die dritte illustrierte Schmuckausgabe von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und ich habe ja schon die anderen zwei da liegen und ich spüre es. Es wird nächstes Jahr ein Harry Potter Jahr bei mir. Und ich freue mich sehr, dass jetzt auch schon der dritte Teils illustrierte Ausgabe geben wird. Wird für mich wieder so ein Weihnachtswunschbuch werden. Und ja, erscheint am 4. Oktober, wird 32 Euro kosten, so mit 2, 3 Euro mehr als Band 1 oder 2. Was wahrscheinlich auch einfach an der Dicke liegen wird. Ich bin gespannt, wie man es zukünftig machen wird. Und freue mich aber sehr, dass es die Schmuckausgabe jetzt weitergeben wird. Man hat ja nach der ersten nicht gewusst, ob es weitergeht. Und ich freue mich dann tatsächlich so die ersten drei Bücher nächstes Jahr in illustrierter Art zu lesen. Und dann die anderen vier in normaler Ausgabe freue ich mich sehr. Also ich spüre, es wird Zeit, um zu Harry Potter zurückzukehren. Am 9. Oktober erscheint dann eine etwas kürzere Geschichte von Stephen King. Und zwar Gwendys Wunschkasten. Und hier finde ich das Cover mega interessant. Und wir kehren zurück nach Castle Rock. Hier spielen ja einige Geschichten von Stephen King. Und es heißt hier, die kleine Stadt Castle Rock in Maine hat die seltsamsten Vorkommnisse und ungewöhnlichsten Besucher erlebt. Warum sollte es der zwölfjährigen Gwendys anders ergehen? Eines Tages tritt ein schwarz gekleideter Unbekannter an sie heran und macht ihr ein Geschenk. Einen Kasten mit lauter Schaltern und Hebeln. Wozu er dient? Gwendys probiert es aus und ihr Leben verändert sich von Grund auf. Eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und man sieht ja wahrscheinlich so, dass es sowohl auch ein bisschen den Kasten darstellen. Und ich bin mega, mega gespannt, was uns hier Stephen King präsentiert. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Geschichte und bin ja einfach sehr, sehr gespannt. Dann hat auch endlich Kerstin hier ein neues Jugendbuch am Start. Und zwar das Wolkenschloss mit einem unglaublich schönen Cover, wie ich finde, das am 9. Oktober erscheinen wird. Und auch ja wunder, wunderbar klingt. Ein magischer Ort in den Wolken. Eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist und das Abenteuer ihres Lebens. Der neue Roman von Bestseller-Autorin Kerstin Gier. Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss. Ein alterdwürdiges Grand Hotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die 17-jährige Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten. Aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche Geheimpläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchen-Gattin wirklich im Besitz des legendären Nadjeshka-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan lieber die Fassaden hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz. Ich mag ja die Jugendbücher von Kerstin Gier ganz gerne. Ich habe die Edelstein-Reihe geliebt. Ich mochte auch noch den ersten Teil von Silber. Da war auch der zweite noch okay, der dritte war dann nicht mehr mein Fall. Aber ich mag einfach, wie Kerstin Gier da so Stimmungen, Atmosphären einfängt. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin ein bisschen kritisch, weil ich fast das Gefühl habe, es könnte zu kindlich, jugendlich klingen für mich. Ich bin da auf die ersten Stimmen einfach mal gespannt und kann mir dann aber vorstellen, dass man mit diesem Buch wirklich auch ganz viel Spaß haben wird. Und ja, es klingt einfach spannend. Dann kommt voraussichtlich am 12. Oktober das neue Buch von Laura Labas im Drachenmond Verlag heraus, Der verwunschene Gott von Göttern und Hexen. Und ich bin mega, mega gespannt. Ja, weil ich bin ja ein großer Fan von Laura Labas, habe ja alles von ihr gelesen und freue mich jetzt auch wirklich auf dieses Buch. Und ja, der Klappentext verspricht auch wieder so einiges. Morden verpasst, Jan verdient sich ihren Unterhalt als Schmugglerin. Seit sie vom Alpha-Wolf der Schmuggler entführt wurde, ist sie dazu verdammt, ihre Lebensschuld abzuarbeiten. Während eines Auftrags wird sie verraten und gerät zwischen die Fronten eines vergessenen Prinzen und eines verfluchten Gottes, die auf der Suche nach einem verwunschenen Schloss sind. Morgen muss sie schon bald für eine Seite entscheiden und bestimmt mit ihrer Wahl das Schicksal des gesamten Königreichs. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Laura Labas aus diesem toll klingenden Klappentext wieder etwas ganz Wunderbares gezaubert hat. Das Cover ist ein Traum und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch, was eben so zur Buchmesse um den 12. Oktober erscheinen soll. Und ich denke, dass das Buch auch ganz schnell bei mir einziehen wird und optisch ist es auch einfach ein absoluter Traum. Ein Buch, das am 13. Oktober scheinen wird, ist Illuminae, die Illuminae-Akten, der erste Teil von Amy Kaufman und Jay Christoph. Ein Buch, das nicht nur vom roten Cover für Aufmerksamkeit sorgt, sondern wohl auch in der Art, wie es geschrieben ist. Denn es ist nicht einfach ein Roman oder irgendwas, sondern eine Mischung aus vielen Stilen und es klingt einfach unglaublich spannend. Und zwar heißt es hier direkt auch in dieses Buch, definiert Lesen neu. Heute Morgen noch, dachte Katie, das Schlimmste, was ihr bevorsteht, ist die Trennung von ihrem Freund Esra. Am Nachmittag dann wird der Planet angegriffen. Katie und Esra verlieren sich bei der Flucht und gelangen auf unterschiedliche Raumschiffe. Doch die Fliehenden werden immer noch von dem feindlichen Kampfschiff verfolgt. Und damit nicht genug. Ein Virus, freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen, mutiert mit grauenhaften Folgen. Und dann ist da noch Aiden, die künstliche Intelligenz der Flotte, die von Raumtemperatur über Antrieb bis Nuklearwaffen alles an Bord steuert. Leider nur ist Aiden bei dem Angriff außer Kontrolle geraten und übernimmt nun das Kommando. Amy Kaufman kennt man aus der Reihe um These Broken Stars. Hier habe ich den ersten Band gelesen und fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht weitergelesen habe. Ich glaube, weil es sich dann nicht mehr als Hörbuch bei Audible gab. Das könnte doch Grund gewesen sein. Und Jay Kristoff ist ja auch ein sehr gehypter Neuautor, wo es ja auch aktuell ein Buch von ihm gibt, was auch wirklich gerade im amerikanischen Raum gibt es ja gefühlt keinen Booktuber, der das nicht gelesen hat. Und auch ich habe das auf der Wunschliste stehen für meinen Audible-Guthaben, das demnächst kommt. Ich finde, das Buch klingt spannend. Ich liebe Science Fiction. Und ich finde einfach so die Idee, was dahinter steckt, klingt einfach großartig. Und dann soll dieses Buch eben nicht in klassischer Erzählform erzählt sein, sondern eben auch mit Interviews bespickt sein und mit Tagebuch und mit sonstigen Dingen. Und es soll einfach großartig sein. Und ich freue mich da wirklich unglaublich drauf, weil es einfach mal nach was anderem klingt. Ja, und dann sind wir schon bei Ende Oktober, nein, auch Mitte Oktober. Ich glaube auch wieder so um den 20. Oktober herum ist ja ein klassisches Erscheinungsdatum für Sebastian Fitzek. Ja, der zweite Fitzek in diesem Jahr und zwar Flugangst 7a. Und ich glaube, ich muss nicht mehr viel sagen. Ich bin ein großer Sebastian Fitzek Fan, auch wenn nicht alle seine Bücher für mich Fünf-Sterne-Bücher sind. Es ist doch ein Autor, auf den ich mich immer verlassen kann, dass er mich gut, wenn nicht gar perfekt unterhält. Und so auch bei Flugangst 7a. Ein Buch, das ich nicht vor meinem Urlaub, glaube ich, lesen werde, wo wir ja fliegen werden. Und dementsprechend wird das Buch dann erst gelesen, wenn ich wieder heil, hoffentlich am Boden angekommen bin. Und ja, man merkt, dass er nach Passagier 23 eben auch wieder so eine nächste Angst aufgreift, nämlich das Fliegen. Und es heißt hier, es gibt eine tödliche Waffe, die durch jede Kontrolle kommt. Und jeder kann sie ungehindert an Bord eines Flugzeugs bringen. Ein Nachtflug, Buenos Aires, Berlin. Ein seelisch labiler Passagier und ein Psychiater, der diesen Passagier dazu bewegen soll, die Maschine zum Absturz zu bringen. Sonst stirbt der einzige Mensch, den er liebt. Der neue Psychothriller vom Bestsellerautor Sebastian Fitzek in der Tradition vom Passagier 23 spielt er mit den menschlichen Urängsten des Eingeschlossenseins und der Hilflosigkeit an Bord eines Flugzeugs. Ja, also ich fliege unglaublich gerne. Ich habe da keine Angst, keine Beklemmung. Ich genieße das Fliegen. Ich liebe es, wenn man abhebt und alles unter einem kleiner wird und sozusagen auch die Probleme klein sind. Und ich liebe es auch, wenn man landet und man merkt, man ist eben an einem Ziel angekommen. Natürlich ist auch immer der Weg das Ziel. Und ja, deswegen werde ich dieses Buch auch erst nach meinem Urlaub lesen, weil ich mir mein wunderbares Gefühl nicht leben lassen möchte, was ich beim Fliegen habe. Und ja, wir gucken mal, wie mich dann dieser neue Fitzek auch begeistern kann. Dann wird es den dritten Band zur Der Chroniken der Verbliebenen geben, Die Gabel der Auserwählten. Der erste Teil hier war ja Kuss der Lüge, dann Das Herz des Verräters. Und ich bin ein großer Fan der Reihe von Mary E. Pearson. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vom dritten Teil verraten, aber es ist eben einfach ein Buch, auf das ich mich unglaublich freue. Ich mich freue, dass es so schnell in dieser Reihe vorangeht. Man hat ja, glaube ich, wirklich alle vier Monate den nächsten Band. Und man hat den dritten Teil im Englischen jetzt eben auf drei Teile in Deutsch aufgeteilt, was ich ein bisschen schade finde. Aber so hat man eben nicht nur eine Trilogie, sondern eben noch einen vierten Teil. Und ich denke mal, wenn wir in dieser Manie dieser vier Monate bleiben, wird es im Februar voraussichtlich dann ja auch den vierten und abschließenden Teil geben. Und wir haben hier ja im Grunde Jamiya, eine Königinnentochter, die gezwungen sein sollte, jemanden zu heiraten, nämlich den Prinzen des etwas verfeindeten Königreichs. Sie aber kurz vor ihrer Hochzeit flieht und dann eben vom Königssohn und von einem Attentäter verfolgt wird. Und wir eben im ersten Teil ja nicht wissen, wer ist der Königssohn, der Prinz, wer ist der Attentäter. Wir eben diesen Perspektivwechsel haben, zusammen mit dem von mir und von Lya. Entschuldigt, das ist ja Lya, nicht mir, genau Lya. Und wir in Lyas Perspektive eben schon auch die erfundenen Geschichten der beiden Männer sozusagen erfahren, aber nicht darauf irgendwie Rückschlüsse ziehen können, wer was ist. War ein ganz toller erster Teil, ein spannender zweiter Teil. Und ich bin mega gespannt. Und bei diesem schönen Cover, muss ich wirklich sagen, freue ich mich dann natürlich auch auf den dritten Teil. Und das letzte Buch, das mich total anspricht, erscheint dann auch am 26. Oktober und ist Bird and Sword, ebenfalls Band 1 einer neuen Reihe von Amy Harmon. Und ich war total verwundert bei der Autorin, weil die ja vorher so klassische Frauen-Lebens-Liebesgeschichten geschrieben hat und ich jetzt sehr gespannt war, was sie hier zaubert, denn der Klappentext klingt wirklich mega. Ein Mädchen ohne Stimme, ein König in Ketten, ein Königreich, das kurz vor dem alles entscheidenden Krieg steht. Lark ist fünf Jahre alt, als ihre Mutter vor ihren Augen hingerichtet wird. Ihre letzten Worte sind Still, Tochter, bleib am Leben. Womit sie Lark sowohl die Fähigkeit nimmt zu sprechen, als auch die Möglichkeit ihrer Magie einzusetzen. Eine Todsünde im abergläubischen Jeru. 13 Jahre verbringt das Mädchen daraufhin am Hof ihres Vaters, der sie für sie schämt und sie wie ein Vogel im goldenen Käfig hält. Lark wünscht sich nicht sehnlicher, als endlich frei zu sein. Das bittet König Tiras von Jeru, ihren Vater, um Unterstützung im bevorstehenden Krieg. Um sicherzugehen, dass dieser sich an die Abmachung hält, nimmt der König Lark als Geißel mit in sein Schloss. Zunächst fürchtet sich Lark vor Tiras. Doch sie merkt schnell, dass er der Einzige ist, der sie auch ohne ihre Stimme verstehen kann. Eine fesselnde Fantasy-Geschichte über die Magie und die Macht der einen großen Liebe von New York Times und USA Today Bestseller-Autorin Amy Harmon. Eine Geschichte, die mich direkt anspricht, packt und da mein Fantasy-Herz da definitiv höher schlägt, bin ich mega, mega gespannt auf die Geschichte und freue mich wirklich sehr darauf und finde auch, das Cover sieht unglaublich toll aus. Wie ihr seht, wird es im Oktober so einige Neuerscheinungen geben, die mich ansprechen, die auch gefühlt direkt gelesen werden müssen und ich denke auch im Oktober oder dann November bei mir einziehen werden, in welcher Form, vielleicht das eine oder andere tatsächlich als Hörbuch oder dann eben E-Book, echtes Buch, wie auch immer, werdet ihr natürlich dann jeweils in den Neuzugängen sehen oder natürlich dann in den Bücherwochen, wenn sie auch gelesen sind. Es ist ein wirklich sehr spannender Büchermonat, man merkt schon, dass eben auch Buchmesse ist und ich bin mega gespannt auf die Bücher. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit den Büchern, die ich herausgesucht habe. Natürlich würde mich jetzt interessieren, welche Bücher ihr so im Auge habt für den Oktober oder ob euch jetzt eines meiner Bücher oder eines meiner vorgestellten Bücher euch auch irgendwie anfixen konnte. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin sehr, sehr neugierig, auch was euch so interessiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.